Das erste Mal in Europa zeigen wir den ganz neuen Volkswagen Tiguan Allspace. Er ist 21 cm länger als der reguläre Tiguan und verfügt damit über eine dritte Sitzreihe, die man bis 7 Personen bequem transportieren kann. Alternativ hat er ein 115 Liter grösses Kofferraumvolumen gegenüber einem regulären Tiguan. Ebenfalls unterscheidet er sich durch eine markantere Front, aber ansonsten sind die Features aus dem Tiguan ebenfalls verbaut. Wir kennen das Active Info Display, wir haben das Head-Up Display und selbstverständlich verfügt auch der Tiguan Allspace über die modernsten Assistenzsysteme. Wir freuen uns auf die Einführung des Tiguan Allspace bei uns in der Schweiz. Ab Oktober steht er beim Handel. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie dann bei uns begrüssen. und cambio auf auf www.hans-rendre- Harper- Meer mit auf Sch ting, Untertitelung des ZDF, 2020